Thomas Köppen, Deutschland, fährt aus dem Hindernisbusses Leuchtturm, das Hindernis Nummer 6, mit der drittschnellsten Zeit bisher 55,64 Sekunden. Thomas Köppen, Germany, an Obstichel Nummer 6, the third best time, 61,50 Sekunden. Es war die drittbeste Zeit, aber es waren 55,64 Sekunden für Thomas Köppen, im Hindernis Nummer 6. It was the third best time, aber es hat den 55,64 Sekunden für Thomas Köppen, an Obstichel Nummer 6. Vielen Dank. монich